Sind Sie neugierig auf Ihre genetische Veranlagung zur Fettleibigkeit? MiaMedica bietet einen DNA-Test für Fettleibigkeit an, der Ihnen helfen kann, Ihre genetische Veranlagung zur Fettleibigkeit herauszufinden. Obwohl Fettleibigkeit eine komplexe Erkrankung ist, die von Lebensstilfaktoren beeinflusst wird, spielt die Genetik ebenfalls eine wichtige Rolle. Obwohl der Zusammenhang nicht immer offensichtlich ist, wurden genetische Variationen in verschiedenen Genen mit einem höheren Risiko für Fettleibigkeit in Verbindung gebracht. Aber wie können Gene das Risiko für Fettleibigkeit beeinflussen? Der menschliche Körper verfügt über Mechanismen zur Regulation des Appetits, die dem Gehirn mitteilen, dass es nicht notwendig ist, mehr zu essen und ein Gefühl der Sättigung erzeugen. Dieser Bericht analysiert Gene, die an diesen Mechanismen beteiligt sind und die, wenn sie mutiert sind, dazu führen können, dass eine Person mehr ist oder im Gegenteil schneller ein Gefühl der Sättigung hat. Dieser Bericht enthält auch Gene, die die Geschwindigkeit beeinflussen, mit der Fett abgebaut und Kalorien verbrannt werden. Und sogar Gene, die anzeigen, ob sie von schützenden Effekten gegen Fettleibigkeit profitieren können, wenn sie eine mediterrane Ernährung zu sich nehmen. Kurz gesagt, die Gene, die mit einem höheren Risiko für Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wurden, beeinflussen vier Dinge. Regulierung des Appetits, Kalorienaufnahme, Bildung von Fettzellen, Speicherung von Fett in Fettzellen. Diese Informationen können dazu beitragen, eine Lebensstil-, Ernährungs- und Bewegungsauswahl für ein besseres Gewichtsmanagement zu definieren. Lassen Sie uns einen genaueren Blick auf die Informationen werfen, die Sie aus diesem DNA-Test für Fettleibigkeit erhalten können. Das FTO-Gen war das erste Gen, das mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wurde. FTO ist ein Akronym für Fettmasse und Fettleibigkeit assoziiert. Die genaue Funktion des FTO-Proteins ist nicht vollständig verstanden, aber es scheint an der Kontrolle des Körpergewichts und der Energiebilanz beteiligt zu sein. Personen mit bestimmten FTO-Gen-Varianten können Unterschiede in der Regulation des Appetits und des Energieverbrauchs aufweisen. Einige Forschungen deuten darauf hin, dass diese genetischen Varianten zu einer erhöhten Nahrungsaufnahme und einer Vorliebe für kalorienreiche Lebensmittel führen können, was zur Gewichtszunahme beitragen kann. Das MC4-Air-Gen ist ein weiteres Gen, das mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wird und es spielt eine bedeutende Rolle bei der Regulation von Appetit- und Energiebilanz. Dieses Gen kodiert für einen Rezeptor, der ein Signal an das Gehirn sendet und anzeigt, dass die Person gesättigt ist und nicht mehr essen muss. Als Ergebnis wird der Appetit unterdrückt und die Person hört auf zu essen. Das MC4-Air-Gen weist häufige genetische Variationen auf, die die normale Funktion des Rezeptors stören können und zu einer gestörten Appetitregulation führen können, was die Anfälligkeit einer Person für Fettleibigkeit beeinflusst. Bestimmte genetische Varianten im MC4-Air wurden mit einem erhöhten Fettleibigkeitsrisiko in Verbindung gebracht, während andere mit einem geringeren Risiko assoziiert wurden. Das LeP-Air-Gen ist eine wichtige Komponente bei der Kontrolle des Körpergewichts. Es kodiert für den Rezeptor des Hormons Leptin, das eine Schlüsselrolle bei der Regulierung von Appetit und Körpergewicht spielt. Dieses Hormon wird hauptsächlich von Fettgewebe produziert und ausgeschüttet. Wenn die Fettreserven im Körper zunehmen, steigen auch die Leptinspiegel im Blut. Dieses Leptin im Blut gelangt ins Gehirn, wo es an seinen Rezeptor, den Lep-Air, bindet. Die Bindung von Leptin an Lep-Air sendet dem Körper ein Signal, dass ausreichend Energiereserven vorhanden sind, fördert ein Gefühl der Sättigung und reduziert den Appetit. Darüber hinaus fördert die Bindung von Leptin an seinen Rezeptor auch den Verbrauch von mehr Kalorien durch eine erhöhte Stoffwechselaktivität und Wärmeproduktion. Die kombinierte Wirkung der Förderung des Energieverbrauchs und des Sättigungsgefühls hilft dabei, das Körpergewicht innerhalb eines bestimmten Bereichs zu halten. Wenn die Leptin-Signalübertragung aufgrund genetischer Varianten im LPR gestört ist, kann dies zu einem gesteigerten Appetit und einem reduzierten Energieverbrauch führen, was potenziell zur Gewichtszunahme beitragen kann. Neben diesen Genen finden Sie viele andere und auch Informationen über bestimmte Diäten wie die mediterrane Ernährung. Die mediterrane Ernährung ist ein Ernährungsmuster, das durch einen hohen Verzehr von Obst, Gemüse, Vollkornprodukten, Olivenöl, Fisch und eine mäßige Aufnahme von Rotwein gekennzeichnet ist. Es wurde mit verschiedenen gesundheitlichen Vorteilen in Verbindung gebracht, darunter ein verringertes Risiko für Fettleibigkeit und verwandte Erkrankungen. Studien haben gezeigt, dass Personen mit APOA-5-Varianten, die mit einem höheren Fettleibigkeitsrisiko in Verbindung stehen, von der Einnahme einer mediterranen Ernährung profitieren können.